Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Begünstigen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Begünstigt. Begünstigte. Hat begünstigt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich begünstige. Du begünstigst. Er begünstigt. Wir begünstigen. Ihr begünstigt. Sie begünstigen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich begünstigte. Du begünstigtest. Er begünstigte. Wir begünstigten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe begünstigt. Du hast begünstigt. Er hat begünstigt. Wir haben begünstigt. Ihr habt begünstigt. Sie haben begünstigt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich begünstige. Du begünstigest. Er begünstige. Wir begünstigen. Ihr begünstiget. Sie begünstigen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich begünstigte. Ich begünstigte. Du begünstigtest. Er begünstigte. Wir begünstigten. Ihr begünstigtet. Sie begünstigten. Den Schluss macht der Imperativ. Begünstige du. Begünstigen wir. Begünstigt ihr. Begünstigen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb begünstigen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.